stream live stream live so leute sucht jetzt mal ein spielchen hier mach mal rank super rank ich glaube er hat gut gepumpt heute aber ohne witz ich habe es gibt es gibt ja genau er trifft mich im jürgen und er sagt was gibt ich habe ich habe ich habe ich bin falsch sehr gut angenommen ich sitze falsch ich muss mir die brille aufsetzen ich bin 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 ich habe den ich immer nur den bus greifen nehmt euch drei bus platten dann seid ihr wieder ja er muss drauf naja ich versuche es sehr geil jetzt noch ein pass rein ich bin drinnen ich bin weiter druck der schießt den von der wand ab scheiß pass habe ich er geht zu weit von der wand habe ich noch mal ich bin hinten habe ich er verkackt schweiße hätte ich das gewusst und er verkackt auch so sehr gut Yes, René, gutes Tor. So, Heiner schiebt weiter hin. So, let's go. Sitze ich jetzt ordentlich? Ich fahr rechts, Boost holen. René muss ballen. Ich tue Hoppen-Donut! Ich bin am Tor. Hab ich? Schönes Blick! René? Sehr schön! Ja, René hat weg der Schuss. Oh, knapp, Alter, knapp. Ich zieh... Nee, doch nicht. WTF? Ich bin noch hinten. Ich fahr rauf. Mach keinen Bus. Schön, ich bin am Tor. Bin deiner ran. Oh! Okay, nehm. Ich bin hinten. Ich mache den, schön. Let's go! Oh, er legt den ab. Einer muss immer rauf. Denk dran, dass einer immer rauf muss, ne? Sehr schön gemacht. Krieg ich nicht. Hab ich? Sorry, sorry. Hab ich? Ja, alles gut. Ich mache jetzt, ich hole Zeit raus, ihr müsst euch beeilen. Komm mal zurück, bitte. Nein, shit, ey. Ja, ich war jetzt, ich wäre ja gerne raufgefahren, da ihr aber beide auch noch nicht seid, wollte ich nicht rauffahren. Ja, ich rauffahren und nicht abgewehrt. Umgedreht oder so? Ja, ich hätte versucht, ihn abzuwehren. Aber hast ja gesehen, hat nicht geklappt. Abgelegt! Ach, sorry. Ich gehe da doppelt so rauf. Schade mal. René, nicht immer gleich komplett zurückfahren, Pustolen, sondern gleich ready stehen, wenn da solche Chancen kommen. Jetzt ohne Witz. Lass ihn mal machen. Mach... Ah, shit. So wie jetzt ihr ready wart. Sehr gut gemacht, Alter. Schöner kämpft. Fuck. Bitte, zieh ab das Ding. Shit. Nein, er hat den. Das ist mir so. So, Pustolen. Schöner! Ich krieg ihn nicht, er fährt voll los durch. Ich hab jetzt übergeht, aber war ja nicht schlimm. Oh, er fällt kaputt. Sind wir ein Zentrum? Einer rauf da! Hab ich. Ja! Sehr gut. Sehr gut. Schönen Kreis, Alter. Ich bin jetzt im Kreis. In der Mitte des Spielfeldes ist so ein Kreis. Ein bisschen um diesen Kreis herum sind insgesamt acht Boost-Platten. Wenn du einmal da in der Mitte im Kreis wirst, hast du einen vollen Boost. Das geht super schnell, ohne dass du irgendwie außen zum Boost musst. Die sowieso immer weg in der Sternen. Sind alle drei jetzt hier am Pushen? Sehr schön. Wissen wir nicht, also wir müssen jetzt hinten bleiben. Einer macht es einfach Druck. Und dann haben wir das. Du, also du und René hier pushen jetzt immer. Ich mach die letzten zehn Sekunden nicht. Immer stören jetzt. Jawohl, René. Immer weiter. Weiter rauf da. Das viel zu Fehlern. Sehr schön. Und weg damit. Rückpass, jawohl. Lass ihn ausgehen. Ja, da passiert glaube ich nicht. Jetzt haut ihn weg. Und einer weg. Jawohl. Da. GG boys. Schönes erstes Game. WG boys am Start. WG boys. WG boys am Start hier. Marcel aka Lyra. Tino in Nelly. That's me. Und RetroCourt aka RetroCourt aka RetroCourt. Ich hab euch vorhin dann durch den Zimmer labern hören. Wollen die wirklich Dark Souls 2 oder wollen die irgendein anderes, komplett anderes Game? Das ist die Frage, Alter. Dark Souls 2. Dann müssen wir drum Frage stellen. Also ich denke Dark Souls 2 ist eigentlich eine good choice. Glaube ich aber auch. Aber? Ja. Looking for a team. Oh, ich muss halt sogar machen bis inzwischen. Ich bin hinten. Sehr schön. Nice René. Sehr schön aufgemacht. Ich mach weiter. Ach, ja. Passt. Habe ich noch. Okay. Nice one. Ich hab den Boost. Schimm im Tor. So, der spielt ihn rein und nehme ich mir den. Sehr schön weitergemacht. Der ist jetzt drin. Komm. Ja, er macht dieselbe. Nein. So knapp. Ich bin noch halb vorne. Oh, sorry. Oh, sorry. Ich bin im Tor. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Meiner macht Druck. René macht Druck am besten. Für dich hier rein. Er blockt die noch. Schade. Ich komm schon. Rauch. Sehr gut. Boah, so knapp. Scheiße. Jetzt fliegen alle. Ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Ich hab den, ich hab den. Er springt mir genau in den Weg. Gut, dass du's nochmal gesagt hast, ey. Ich hab den Boost. Ich bin ganz hinten. Fahr mal mit nach vorne. Ach so, jetzt kommt der auch noch so ungünstig. Boah, halt ihn leider noch. Irgendwie da hinten. Okay. Contested. Genau. Genau. Das ist viel zu Fehlern und Tino kann weitermachen. Jetzt fliegen beide und ich hab ihn. Und schön, Bunga. Und der geht Pfosten. Oh, chill. Der geht genau Pfosten wieder. Ich mach ihn, chillt. Fahr auf. Ja, das ist gut. Tino, chill noch. Chill noch. Okay. René, du bist der Letzte. Ich hab keinen Boost. Ich kann nichts machen. Leute. Oh, rolle, rolle, rolle. Ja, ja, das ist gut. Ich hab René in den Ball reingeschossen gerade, Alter. Richtig, ey. Das war auch die beste Option. Konzentriert euch. 0-0. Wenn wir einen forecastieren, ist vorbei. Schöner Save. Meine Fresse, ey. What the fuck. Oh, nee. Oh, nein. Das gibt's nicht. Oh, das war ein grauen Pass. Sorry, Alter. Oh, guter Pass. Schön. Kommt er nochmal? Oh, fuck it, Alter. Schade. War gut gedacht. Mach keinen Scheiß jetzt da. Ich hatte zu wenig Boost, um da was geiles draus zu machen. Schön, René. Das war wichtig. Und wieder vor... Schade. Schade. Ja, da versage ich vom Tor, ja. Zweimal. Guter Pass. Torschuss. Oh, nein. Jawoll. Gut gemacht, Tino. Tschüss. Wuuuh. Da wussten sie nicht, was Lars ist, Alter. Nice. Jo. Fast. Fast. Großer. Not bad. Ich bin hinten. Ja, oder? Alter, was? Wie gut ich den da noch weiter gespielt habe. Da noch. Zart nochmal hoch. Accidental. Und dann den geilen Pass für den Boy. Ja. Nice. 2-0. Eigentlich müsste das safe sein. René, hol mal Boost. Ich hab mit. Ja. Schweine. Was macht was versucht? Äh. Ne. Alles gut. Okay. Habe ich. Alles gut. Sorry. Schön weit von der Wand ab, Alter. Okay. Das ist gewonnen. Nice one. Zwei Siege. Zwei Siege in Folge. Zwei Siege. Gigi. 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 Sport und Hannes Mahler. Ja. Hannes Mahler? Ich möchte nochmal Hannes Mahler grüßen. Willkommen. Schön, dass du dem Channel jetzt auch folgst. Das finde ich sehr gut. Hannes Mahler willkommen. Ja. Hannes Mahler aus Lager. Hannes Mahler aus Lager. Echt aus Lager? Ich muss überlegen. Ja. In Göttingen. Dicker, da arbeite ich. Also da an der Nähe zumindest. Mehr Infos wollen wir hier über ins Internet nicht preisgeben. Ist so. Ist echt so, Alter. Ist so. Ist so. Bei der Müllabfuhr war das. Ja, bei Viola. In Lager, Alter. Bei Viola. Bei der Müllabfuhr. Mein Vater fährt den Mülllaster. Und du sammelst auch was runterfährt. Ja. Das machen wir total. Ey. Lass uns schnell die. Ein Follower. Weil es ist wirklich Müllmann und der ist direkt weg. Ist das. Oh, ist so wie selbst. Ist so egal. Ey, lass mal gleich den Mülllaster einstellen als Fahrzeug. Schön Müllwagen, Alter. Neues Motto. Mit Bahnleuchten. Mit Bahnleuchten. Neues Motto. Hau rein, René. René macht das Ding. Oh, Alter. Knack. Hä? Was war das für ein Double Fake? Chill, chill, chill noch. Chill, chill. Ich warte auf den Pass. Hau dich auf! René? Oh, shit. Lass bitte, René. Machst du den noch? Machst du den noch? Nice! What the fuck, Alter. Dass du den da noch so krippelig... René wollte dir den erst versauen, siehst? Guck, guck, krippelig, krippelig. Du hast extra Gefühl. Ach so, okay. Dann nehme ich alles zurück. Das fand ich gut. Smurf, you cunt! Du bist in Season 3 Smurf, Alter. Hä? Aber ich hab doch den Ragnar, wieso denn Smurf, Alter? Ja, weil du hier kein Diamants 2 bist. Hau doch auf da, Leute! Ist doch ein schönes Ding. Hä? Ich war noch nie höher in Ranked und 3 gegen 3. Ich war in Ranked 3 gegen 3 noch nie ein Champion, aber okay. Aber weiß er ja nicht. Ich hab null Boost, sonst hätt ich da was versucht. Oh, nein! Naja, ich schaff ihn einfach noch höher zu hauen. Ich komm mit Vollspeed an. Mit Full Momentum. Stören, stören, stören! Jawohl, ich bin und wo. Da kommt der geilste Pass. Bist du allein? Bist du noch was machen, sorry? Bist du noch Zeit gehabt? Bist du auch prallest noch hinfahren können? Da war Open Net kurz Zeit. Hau nochmal rein! Oh, schade, was für ein Pass! Ich bin hinten, ich bin hinten, ich bin hinten, ich bin hinten. Okay. Ich hab Monster lag, alter, lelb! Oh, shit. Oh, schön abgelegt aber, aber... Ja, war auch nicht so gewollt, dass ich den so berühre. Ich war wieder zu schnell. Chillt noch, chillt. Jetzt wird's gefährlich. Scheiße. Ja, ich hab's versucht, aber ich dachte, irgendeiner kann die denn von euch weitermachen. Ich hab den Zweiten, der zum Schuss wollte, zerstört. Da müsst ihr sofort unterm Ball. Ich versuch' einen Ableger. Hat nicht geklappt. So, da haben wir das zweite Tor drin. Ne, doch nicht, Glück gehabt. Er dreht schon wieder für mich frei. Ja, weil wir da alle drei komplett... Ja, ich hab's... Na gut, bleiben. Erstmal spielen. Scheiße. Da ist der Glitch. Hab ich. Oh, oh, oh! Geht vorbei. Schön. Mann, es wird gefährlich. Schön. Schön ausgespielt, den Ball. Ah, das wär' der Pass geworden. Mann! Hätt' er mich nicht unterbrochen. Ja, er blockt ihn. Schön noch berührt. Jetzt ist's wieder gefährlich. Wär auch ein schöner Schuss geworden. Tino, nicht zu lässig. Ja, da mach' ich gar nichts mehr. Fuck, ey, da steht der andere genau bereit, ey. Du perfekt und mit ihm unter die Latte-Zone. Flach oder so geschossen, dann hätt' ich den gehabt. Fuck it, ey. Ah, es stand der Ehrbereitung, keiner von uns. Das ist einfach gleich. Weil ihr beide wieder auf'n gleichen Ball gegangen seid. Das war eben grad das Problem. Ja, die aber auch. Es sind... Es sind alle vier auf'n Ball gegangen. Nur ihr zwei wart' übrig. Der Gegner und du. Ja. Dann machen wir heute bei dem Schluss, ey. Keine Chance. Lass, 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 lass. Jetzt. Nur für euch. Ah, da ist andere da. Ah, schade. Ich war jetzt... Nicht bereit, in die Nummer. Leute, stellt euch mal bereit. Fahrt nicht alle zurück. Bereit stellen, Alter. Sonst könnt ihr zu viel Druck machen. Jetzt hoch da. Schön. Ich komm' natürlich nicht mehr hin. Nee, jawoll. Macht aber nix. Da hast' er noch. Ja, doch, geht weiter. Nee, mach' mal. Oder Tino, mach' mal. Oder Tino, mach' mal zur Seite. Oh, shit. Jawoll. Jawoll. Vorsicht. Du hast'n bisschen Zeit. Nein. Nur wer? Nee, was... Was... Wieso? Ach. Ja, ich hab's. Ich weiß jetzt was. Hab' ich? Oh. Wann. Scheiße, ist zu los. Ja. Ich hab' ich. Ich hab''s nicht mehr. Hab' ich? Boah, schill' nochmal ausgetricksen rein. Jetzt schmaß' weiter. Ahh. Bitte, ziehen doch rein die Pizze! Jetzt! Hier, ich bin bereit! Yes! Yes! Boom! Was für ein Pass von mir! Alter! Boah! Sehr guter Pass, alter, bester Pass. Ich hab auch keinen Boost gehabt, ne? Hätte ich diese Boost-Platte nicht aufgehoben da noch, diese eine einzige Boost-Platte hat das Tor gesafed. Mann, leg mir ein Marsch, ey! Wow, alter! Eine Sekunde! Vor Schluss! Sprecht euch ab! René, René, du hörst Boots! Boots, 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 Boots! Ne, ne, falls nicht, jetzt durchboost! Gleich wieder stören! Schönes Ding! Genau, stellt euch immer bereit, fahrt nichts ganz zurück! Weiter geht's, fahrt niemals ganz zurück jetzt in unser eigenes Tor und holt Boots, sondern holt euch eine Boost-Platte und seid gleich wieder ready jetzt, damit wir den Druck aufrechterhalten. Der denn... Ah, Mann! Ach, schade. Ich wär wär hingefahren, aber... Ja, aber auch nicht... Jawoll! Schön! Sehr gut! Freit genauso! Leck mich doch am Arsch, ey, da! Schade! Fast! Fast reingeblockt! Genau, stellt euch schön bereit! Und weiter geht's! Wieder stören! Jawoll! Und ich bin dran! Ah, den hat er mehr Boost gehabt! So, jetzt müssen wir verteidigen! Jawoll! Ich bin im Tor! Sehr gut! Schön! Und wieder drunter drehen! Und wieder Druck jetzt! Finde ich! Sehr gut! Ich mach weiter! Ah, schade! Okay, wieder zurück! Nein! Wieso! Wieso! Achso, nee, Alter! Warum?! 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 Mann! Ich hätte ihn safe gehabt! Ja! Selbst ich! Selbst ich! Hätte ihn übelst weit weg hauen können! Ja, ich hab's halt so versucht! Das war das! Das war der Versuch! Der riskante! Schade! GG! Das sah eigentlich ganz gut aus!